Ich heiße Saskia Lieske, ich komme gebürtig aus Halle an der Saale, dann habe ich in Jena, Jerusalem und Münster Theologie studiert. Und jetzt bin ich seit April im Pfarrbereich Thale unterwegs, im schönsten Bodetal, das es gibt, und habe noch Klinikseelsorge in Halberstadt mit dabei. Ich freue mich auf die Arbeit in der EKM, weil ich bislang immer die Erfahrung gemacht habe, dass in der EKM sowohl traditionelles seinen Platz hat, aber auch immer wieder Platz ist für neue Formen, zu überlegen, wie kann Kirche auch aussehen und darin meinen Platz zu finden, darauf bin ich gespannt.